und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two ja du rennst irgendwie wie ein hund rum gerade wir sind hier wie hast du es genannt in der kissenburg und ach ja ich kann mich jetzt wieder erinnern wir haben so ein komisches geräusch gehört beim letzten mal in roses zimmer rümpfe ja das war irgendwo zielkommäßig ich wollte gerade sagen du weißt schon dass du nur y drücken muss also wirf granaten rt waffe aufladen halten okay keine ahnung ich weiß gar nicht worum es geht na irgendwie kapiere ich das spiel nicht ich weiß nicht aber du hast keine ahnung was das da also ein dämlicheres spiel glaube ich habe ich jetzt hier drin noch nicht gesehen ohne jetzt irgendwie böse sein zu wollen ja das ist nun was das denn warum geht das jetzt nicht wir müssen aber da runter oder denke ich mal keine ahnung was das die ansicht ist so komisch okay okay aber wir haben jetzt gar nichts mehr wie gar nichts mehr also ich würde so anlassen okay wir können da hoch springen noch was ist denn da was ich jetzt meine wir haben jetzt gar nichts mehr wir können nicht nageln wir können nicht springen weiß ich nicht ob wir das noch können wenn wir so ein ding oben haben ja geil ich bin jetzt runter gefahren aber hier oben ist irgendwann nichts auf der anderen seite ist irgendwie ein cd player oder so aber oder warte mal hier geht es rein die kennen wir doch ich war eher hier schatz komm rein komm ich weiß nicht wo du bist ja ich muss ja da hoch da hoch also ich bin okay ja aber wo bist du dann her ja geh mal weiter ich habe hier nicht da nicht da nicht da hier ja rechts hi kennst du die beiden noch ja klar das secret hier war was war das ja ich habe es gerade nicht das ist so cool es ist nämlich von den gleichen machen okay wir gehen jetzt wieder aber ich fand das ein kleines so ja genau jeder der das irgendwie noch nicht kennt der sollte das mal spielen das ist richtig geil nein er sollte das nicht spielen er sollte das mit uns zusammen angucken in meinem let's play okay spielen dürfte das auch nein ihr dürft das nicht spielen also müssen wir beide ok ich dachte das hat was mit den lava lampen zu tun ach so ne 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 hallo wie kannst du titris äh was soll man jetzt machen äh ne das ist kein titris ich bin lila ach du bist grün ja ja kannst du hier irgendwie das kompletieren oder so nee ist zu kurz ne 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 ach warte mach achso äh okay ich bin der große geht mal weg da es hat immer damit zu tun dass du eine gerade linie quasi hast minder weit bleiben Hä? Soll ich dir jetzt was anders denn tun, ja? Denke ich mal, oder? Hä? Nein, das sind... Ach, guck mal hier. Ja, das muss gleich sein. Okay, alles klar. Achso, oh! Sag doch, Y-Landrücken! Wir waren zu spät, glaube ich. Nee, nee. Oh, oh! 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 Boom-ba-boom! How do you know my name, traitor? Because I bought you in the Space Museum! Liar! Rose had picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who could protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose, as her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry! We really need those tears. The bigger the better. What evil planet are you from? No, 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 no. There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single tear drop from Rose! You'll be stuck here forever! Forever? Did he just say... Forever? Oh, my God. I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream! Oh, for goodness sake, Cody! Don't be stupid! We're not in space! What? Just, where are we? Listen. Rose and I have played with her space toys so many times, I just need to find them! Oh! Here they are! Hey, Cody! Try this on! Oh! Oh! Just snug! Wow! It works! What are you doing? Oh! Cosmic inflation! Nee, ne? Aber du hast die Kontrolle! Das ist Mist! Nee, ne? Das ist Mist! What? Amazing! Hey, just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? Then we need to use cosmic inflation! And... Space boots! Defying the laws of gravity! Ich krieg wieder das langweilige! Cos that's cool, ey! How come you get all the cool gadgets? Genau! Cooler than you, Cody? Ja, sie ist sehr typisch! So typisch, ey! Okay! Okay! Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Die Stimme! Ja, aber du bist... Ach so! Ach, dann ist da... Ah! Okay! Wieso geht die jetzt schon wieder von alleine? Ähm... Wo komme ich da? Aber dann am besten darüber, oder? Ich bin mehr auf deine Seite am achten, weil ich die so faszinierend finde! Wo bist du denn jetzt gerade? Ja, ich bin drüben! Ich bin da durchgegangen! Hi! Ja, komm! Hier bist du durch, oder wie? Boah, der ist aber so... Okay! Oh! Wir haben eine Überwachung! Ja, du musst auch was machen hier drin! Ja, wir haben auch keine Batterie, siehst du doch! Warte, Mann! Nee, nee, nee! Ich muss da rein! Hör mal auf! Da steht aber keine Batterie! Ja, ich weiß es doch! Meine Güte! Äh... Die Batterie ist doch hier, Mann! Ich bin jetzt in dem Dürren! Wie komme ich da wieder raus? Männer müssen überall rein! Ja! Woah! Was ist passiert? Die Stimme! Ich dachte eigentlich, dass wir die eventuell nehmen können! Aber okay! Dann halt nicht! Äh... Ich komme hier so aber nicht! Aua! Das geht... Wie soll man jetzt ganz da hochkommen? Oh Gott! Flying to the moon and back! Moment! Was machst du denn da? Oh! Wuhu! Oh! Was sind denn diese... Oh! Die Sterne will ich haben! Ah! Zu spät! Äh... Wie komme ich denn wieder zurück zu dir? Gar nicht! Oder kannst du die Sterne alle holen irgendwie? Ja! Ich versuch's mal gerade zu... Oh! Was machst du denn da? Oh! It was so cute! Ich hab diese... Diese Sterne geschossen! Was ist das denn hier? Kannst du da was machen? Ja! Da komme ich immer nicht mehr rein! Wo bist denn du? Ja! Ich bin durch dieses Portal da gegangen! Durch welches? Keine Ahnung! Es sind drei... Es sind drei Stück... Es ist ein blau... ein lilanes... Es ist grün... Warte mal... Ist da ein Stern? Ne... Ist bei beiden Sternen, ne? Ah ne... Warte mal... Du bist hier, glaube ich, durch! Oh! Stargate! Ja! Ich bin hier durch! Die Frage ist... Ist das richtig, dass wir hier durchgehen beide? Oder macht das woanders hin? Ja, du musst ja immer durch... Du musst ja immer durch alles einfach durchgehen! Und was machen wir hiermit? Äh... Das ist irgendwie sehr bedrohlich gerade! Naja... Ich weiß nicht, ob das so richtig ist! Wahrscheinlich schon! Okay! Huh! Hallo! Wieso kannst du das und ich nicht? Warum kann ich mich nicht größer machen so? Mal gucken, ob das da besser geht! Wo muss die hin? Äh... Einmal da durch, würde ich sagen! Aber wie kriegen wir das hier auf? Warte mal... Da oben... Musst du das machen da oben ran? Das ist aber gelb, ne? Wie komme ich denn da oben hin? Wie kommt man da jetzt hoch? Huh! Hier ist ein Loch! Also da ist oben, auf jeden Fall müssen wir oben was machen! Damit kann man springen! Wir müssen was hier oben machen! Wir müssen da hoch! Kann ich hier mit der Gravitation vielleicht irgendwie da hoch? Nee, du kannst doch hoch gehen! Genau! Kann ich denn da... Da kann ich aber nicht hoch, oder? Nee, aber an der anderen Wand! Geh doch mal! Okay, da kannst du auch nicht weiter hoch! Okay! Ähm... Kannst du irgendwie auf mich drauf springen, wenn ich größer werde? Dann kannst du auf die Kugel gehen! Nee, ne? Wieso geht die jetzt schon wieder von sich aus? Ähm... Ja, da unten war doch was mit Gravitation, wo ich... Aber das führt nach außen! Oder kann ich da gar nicht hin? Keine Ahnung! Da kann ich ja nicht hoch, ne? Uh! Uh! Achso! Ich dachte, ich bin auf deiner Schulter! Das sah gerade so komisch aus! Ich springe ja einfach durch dich durch! Ja, geil! Aber geht nicht, ne? Naja... Kannst du diese Dinger hier vielleicht bewegen? Auch nicht, ne? Welche? Weil damit kannst du nämlich springen! Ach, stimmt! Nein! Du musst da vorher drauf! Warte, ich hole die mal wieder! Ach, meinst du? Jaja... Du musst das so wie eben! Wir haben doch auch... Wir sind doch auch gerollt! Ich muss das dann rüberrollen! Und du musst aber aufpassen, dass du nicht runterfällst! So! Äh... Warte mal! Danke! Oh! Warte, ich wollte... Na... Ich seh dich nicht mehr! Ja, ich seh ja gerade auch nicht mehr allzu viel! Das ist echt ne scheiß Perspektive! Langsam! So! Bitteschön! Danke! Lass mich da aber vorher nochmal eben drauf gehen, wenn's irgendwie geht! Nicht, dass wir das nämlich nochmal brauchen hier! Ja, du musst da oben hoch! Siehst du da diese Bahn? Ja, du musst da oben hoch! Siehst du da diese Bahn? Ja, wie soll ich da oben hochkommen? Äh... Da muss man das verschieben irgendwie, das Ding! Äh... Da muss ich das Ding dann hin tun! Und da den Hebel anmachen! Das muss ich auch noch mitmachen! Den Hebel anmachen! Ach, ich muss da auch rein! Wie komm ich denn da hin? Äh... Ach nee! Äh... Nein, so nicht! So auch nicht! Mir wird irgendwie schlecht, wenn ich gleichzeitig mit rechts gucke oder links! So, jetzt schick mich mal wieder hoch! Oh, kann ich nicht! Oh! Och! Nee, ne? Jetzt mal? Immer so? Nee! Äh, ja! Nee! Dann komm ich immer nach unten! Oh! Sorry! Ja, aber wie... Das wäre jetzt mal eine Idee! Wie sollen wir da sonst reinkommen? Hä? Kannst du so vielleicht? Aber das ist trotzdem auch zu tief, ne? Also es geht nur, wenn ich auch hier hochkomme, aber ich komme ja nicht hoch! Wie soll ich da hochkommen? Hm. Warte mal! Hier ist auch nochmal so ein Ding! Kann man das irgendwie benutzen? Warte mal! Das kann man auch nicht ziehen, ne? Ziehen kann man es auch nicht! Da ist die Kugel! Kann ich... Ich kann das Ding aber nicht irgendwie... Ach, ich bin doof! Ich war zu groß! Komm mal her! So groß oder zu klein? Zu groß! Geh nochmal runter! Mit dem Ding! Wieso? Ach so! Du kannst dich noch kleiner machen! Ja, ja! Ich war doch... Ach man! Ey! Warte, warte! So, jetzt mal! Ach so! Ja, ich hab nicht dran gedacht, dass du noch kleiner machst! Warte, warte, warte! Du musst dich dahin bringen, wo das Ding ist! Wo der Eingang ist von dem Teil! Ach so! Äh! Äh! Da oben, mehr Höhe! Wieso hangt das jetzt hier? Ja, 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 ja! Äh! Geht ja! Äh! Okay, ich guck jetzt mal nur bei dir! Hallo! Hallo! Anscheinend ist das jetzt gefixt, oder? Also irgendwie ist mir ganz schlecht von dem ganzen Hidoter und dem Nachgedenke hier! Ja! Ja! Zwei! Ja, ja! Hier ein grünes und ein rotes! Ja, du rennst jetzt nach links, wo ich eigentlich nicht rennen wollte, aber egal! Ja, dann gehen wir jetzt hoch! Dann geht das wahrscheinlich hier erstmal auf, nehm ich mal an, ne? Also wenn wir alle durch haben! Äh! Äh! Was ist das? Jump'n'Run! Achso! Ich will da auch hoch können! Tschüss! Du kannst nicht machen! Hey, Space Lady! Ich zeig dir den Finger! Oh! Mach mal zurück! Ja, geil! Ja! Ich kann doch nicht zurückmachen! Nein, wir müssen aber irgendwas anderes machen! Ach, damit nicht! Warte mal! Mach du mal bitte nix! Mach du mal bitte nix! Ne, das geht nicht! Ich kann es auch nicht wieder weg machen! Hä? Achso! Wir müssen rüberspringen! Ah! Okay! Und da musst du dich klein machen wahrscheinlich! Ja! Ja! Aber ich muss ja trotzdem mitkommen! Wow! Weißt du noch, wie du dich klein machst? Mh, ja! Ungefähr! Warte mal so! Okay! Dann los! Ich will mich aber gar nicht klein machen! Na, ich kann mich ja nicht klein machen! Das ist mein Problem jetzt! Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier! Okay! Ach, du bist da! Achso! Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck der Sache! Aber... Hä? Ich verstehe es trotzdem irgendwie nicht! Ah! Oh! Äh... Entschuldigung! Mach weiter! Scheiße! Ne, das geht nicht! Jetzt komme ich nicht mehr hoch! Warte mal! Ah, warte mal! Aua! Aua! Muss ich das auch runter machen? Ich denke... Äh, kommst du da durch? Nö! Scheiße! Jetzt komme ich nicht mehr da hoch! Ducken? Warte mal! Warte mal! Achso! Ich kann mich auch... Ja klar! Ich kann mich doch auch ducken! Ich bin so dämlich! Deswegen! Dann hätte das doch geklappt eben! Ich war die ganze Zeit schon noch mal überlegen! Warte doch mal! Ich bin ganz klein! Ich komme doch nicht durch! Ach, das ist eine Wippe! Aber was bringt uns das? Huh! Okay! Was bringt uns das? Dass du jetzt da oben bist und nicht unten? Wuhu! Hi! Tschüss! Ja, du bist wieder viel zu schnell hier! Ich merke das schon! So! Achso! Warte mal! Äh... Drehen! Die Frage ist nur, was bringt... Achso! Damit ich da unten komme wahrscheinlich! Lass mal los! Nein! Och, was machst du? Loslassen! Huh! Oh! War wahrscheinlich doch nicht ganz... Ich dachte, dadurch kann ich nicht mehr... dann unten haften bleiben oder sowas! Kannst du mich denn in die andere Richtung vielleicht drehen, dass du die Feder groß machst? Ja, das wollte ich ja gerade! Ne, das geht nicht! Geht auch nicht! Oder muss das irgendwie als Sprungfeder, dass ich da hoch komme? Warte, lass mal los! Ganz loslassen? Ja! Ach, da kommt's wieder rum! Okay! Okay! Und wie komme ich jetzt da rüber? Äh, normale Größe und Springen! Stimmt! Das ist ja einfach! Nein, du gehst nach unten! Hey! Oh, guck mal! Das ist die Teegesellschaft von Alice im Wunderland! The world greatest dad! Ja, die haben sich verschrieben! Die wollten Mutter schreiben! That's me! That's me! Aua! Hallo! Genau! Ne, die beiden mir keinen, also aber... Frage ist nur, wie kommst du jetzt da hoch? Ja, gar nicht! Supergeil! Ach, warte! Stopp! Mach dich mal klein! Ach so, ja! Und geh mal rechts rüber! Oh, geht das langsam! Kann man auch schneller gehen? Du siehst aus wie ein Wurm! Du siehst aus wie so ein Mini-Eichirnchen, was irgendwie da durchspringt gerade! Ah! Und geh mal rechts rüber! Uh! Okay! Ah, warte mal, warte mal! Ne, du hast einen Magneten! Äh, 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 so ein Blatt mal da stehen! Auf der anderen Seite! Nein! Ich komm da nicht hin! Wahrscheinlich, weil du falsch im Geil hast oder so! Ach so, mach mal! Ne, weil ich nicht, ich muss größer werden! Ne, geht nicht! Größer geht nicht mehr! Ja, zumindest umdrehen! So! Kann mich, wie gesagt, nicht rennen! Deshalb ist auch ein Gesicht dran! Oh, jetzt! Oh! 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 Komm mal vor, wie so ein Luftballon! Oh, scheiße! Oh! Oh! Ich muss das jetzt auch machen, oder was? Ja, nehm ich mal an! Sonst wird das ja nicht da stehen, oder? Ach! Ah! Verstehe! Wuhu! Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, ey, wir gehen raus! Hier sind rohends, Massimilien! Ah, Wheels. Ich mach nur eine Richtung, aber du mach. Ich mach nur nach rechts, mehr mach ich nicht. Ja, ich bin tot. Aber du bist wahrscheinlich links-rechts, links-rechts hast du wahrscheinlich gemacht. Warte mal, hier müssen wir wieder rein. Nee, echt? Aber ich kann da nicht rein, oder? Du musst dich klein machen. Was? Ich seh überhaupt nicht so klein. Ich seh gar nicht, ob du was gemacht hast. Das war jetzt gerade mal ein Problem. Ja, aber ich hab was gemacht. Das Y war groß. Aber was gut ist, dass du wenigstens wieder bis zum Anfang automatisch zurückgeschleudert wirst. Also, dass du da jetzt nicht nur mal extra durch musst, oder so, weil das fände ich echt scheiße. Der war doch da, ne? Rot ist immer das Schlimmste. Ja, geht doch noch ein bisschen gemütlicher dadurch. Ich wollte mal gucken, ob der durch die Röhre passt, so. Ach, guck mal, dann ist er klein. Oh Gott, okay. Okay. Ich bin wieder oben. Man muss da rüber springen, auf die Kugel. Ja, aber auch springen, wirklich. Weil RB hat nicht funktioniert gerade. Ich wollte eigentlich auf den Planeten springen, nicht auf die Kugel. Okay, ich bin tot. Oh, nein. Ja, nee, ich bin tot. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Hä, wieso geht er da hin? Da hinten ist ein Sprungkies. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Wieso geht die in die Richtung? Die soll doch in die andere. Ich will nach da hinten. Aber die geht automatisch nach links irgendwie. Och, nee, jetzt geht er schon wieder in die falsche Richtung. Wieso kann ich immer nur in die andere? Ja, jetzt bin ich jetzt real. Oh, ich bin auf dem Ding hier irgendwo. Ja, schon wieder. Wieso kann ich... Guck mal, du bist doch die gleiche Strecke. Bist du doch nach links rum. Nein, geh mal bitte auf das Gelbe. Geh mal auf das Gelbe. Ja, da bist du nach links rum. Wieso gehe ich dann immer nach rechts rum? Weil du in die Richtung guckst. Du musst in die richtige Richtung gucken. Ja, das habe ich noch getan. Nein, nicht nach da. Doch, ich habe nach da geguckt und bin nicht nach da gegangen. Nein, du guckst aber nicht nach da. Guck doch mal, wo dein Gesicht hin zeigt. Das interessiert mich nicht. Wenn ich springe, gucke ich nach da und nicht nach unten. Ja, dann spring jetzt mal. Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, super. Oh, das ist zum Kotzen. Also sowas ist schon wieder ziemlich ätzend, muss ich sagen. Stunden später? Ja, ich habe es jetzt schon vier, fünf Mal probiert und immer in die gleiche Richtung geguckt und trotzdem das nicht an. Achso, das ist hier. Ja, du musst mal auf das Ding hier kommen. Nein, wo springt die hin? Was macht die? Hä? Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Was machst du da? Ich muss doch nur da unten auf das... Achso. Ich habe versucht, auf das... Ja, verstehe. Ich habe versucht, auf das Gelbe drauf zu kommen. Oh. Oh. Ey! Was war das? Hä? Was hat mich denn da jetzt kaputt gemacht? Natürlich springt die wieder nicht. So langsam kotzt mich diese Stelle an. Du kannst machen, was du willst. Auch wenn du es richtig machst, trotzdem bist du immer gearscht. Ach, da konnte man auch drauf. Sie kommt hinten nicht. Ja, ich habe das gleiche gemacht wie eben die ganzen Male auch, aber... Irgendwie wollte der nicht. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gewollt, oder? Nein, ich habe keine Ahnung. Ähm. Hier, das musst du machen, irgendwie. Ja, der muss aber da drauf gehen. Das hat ja Sinn und Zweck. Warte mal, hier kann ich hoch? Nein, nein. Ja, genau. Geh mal auf die Kugel. Warte, warte. Und warte jetzt. Da musst du da hoch. Auf die andere. Ja, du musst schon bewegen. Ich kann nicht nur so springen. So. Hast du es? Aber wo muss ich jetzt hin? Warte. Moment, Moment. Wer bleibt da oben drauf? Auf die Leuchten? Nee, oder? Nein, du musst da oben auf die Empore da. Na, warte. Da hin. Ach, da bei dem roten jetzt. Ja. Okay, okay. Okay. Wenn ich da jetzt runter... Ah ja, kann ich, okay. Da oben ist ein Dings. Da ist ein... Äh, die Frage ist... Wie kriege ich dich jetzt da hoch? Da ist eine Kiste, aber kannst du da was machen in der Kiste? Ah, warte mal. Äh, ähm... Ah, warte mal. Du kannst die Kisten raus machen, ne? Das ist die erste. Ach, komm. Oh, die Fallen gehen wieder rein. Du musst... Ja, ach nee. Ja, hab ich. Ja. Ja. Komm. Ja, ich bin oben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt gerade... Ach, da bin ich. Okay, Moment. Ähm... Da bin ich jetzt bei dir. Na ja. Ja, okay. Boah, ist das kompliziert hier. Ach so, du hast noch nichts gemacht. Jetzt. Boah. Oh. Oh... Sind die... Ja, die sind jetzt offen. Okay. Du musst zur anderen Seite gehen. Da ist auch einer. Ne, das hier ist meins, oder? Wie? Das ist da jetzt? Das ist doch egal. Das spielt doch keine Rolle. Ja doch, das ist doch farblich abhängig. Nein, das ist nicht farblich abhängig. Ja doch. Alles, was grün ist, kann ich nicht ran. Das ist aber bei mir auch nicht grün hier. Ach so. Okay. Also ich hab's jetzt ganz nach rechts gedreht. Ich weiß aber nicht, was da jetzt... Ach so. Oh. Es geht nur weiter hoch jetzt. Oh, I really like being weightless. It's like being in real space. This is fun. This is not my idea of fun. So now we even have to argue about what's fun. I'm nauseous, okay? Throwing up is not fun. Hey, hey, hey! Stop fighting, you two! Focus on the mission! We are focusing. We're just trying to find a way out of this damn place. You will only do that if you collab- Yeah, yeah, yeah. Collaboration. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 huh? Yeah, yeah. Blah, 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 ha. Okay, okay. Just don't forget, yeah? Blah, blah? Oh, shut up, you two! Collaboration! Oh je, oh je. Hä? Moment, Moment. Normalerweise würde ich sagen... Ja. ...was das der Endbus ist. Nein. Nee, also... Nee, äh... Hier sind... ...was habe ich jetzt gemacht? Ähm, ja, nee, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil scheinbar müssen wir den gleichen Mist jetzt hier nochmal machen. Ja, und der Herr ist schon eingeschlafen. Deswegen... Das sieht aus. Ich bin weg. Deswegen sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Vielleicht werden wir uns dann wiedersehen. Such mich. Ciao. Ciao. Du steckst in mir. Nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.